Hallo zum E-Mobility Update am heutigen Dienstag, den 5. November. Endlich steigt auch Suzuki in das Geschäft mit Elektroautos ein. Der E-Vitara wird der erste Stromer der Japaner und er kommt im Sommer des kommenden Jahres auch nach Deutschland. Wir haben heute alle Informationen zu dem neuen E-Auto für Sie. Der japanische Hersteller Suzuki hat mit dem E-Vitara sein erstes batterieelektrisches Auto für den Weltmarkt vorgestellt. Das Kompakt-SUV wird ab dem Frühjahr 2025 im Suzuki-Werk Goyarat in Indien produziert. Schon wenige Monate später soll der Wagen auch in Europa erhältlich sein. Die verschärften Flottengrenzwerte in der EU lassen Größen. Ohne elektrische Autos sind diese in der Regel für die Hersteller nicht zu schaffen. Aber wir bleiben beim Suzuki. Der E-Vitara basiert auf der Anfang 2023 vorgestellten Studie EVX. Die Serienversion wird in drei Varianten angeboten. Der günstigste Frontantrieb fährt mit einer 49 kWh Batterie vor und kommt auf eine maximale Leistung von 106 kW. Die zwei anderen Versionen des E-Vitara bekommen eine Batterie mit 61 kWh Speicherkapazität. Diesen Akku gibt es dann entweder mit einem 128 kW starken Frontantrieb oder eben als Allrad, wobei ein 48 kW starker Heckmotor dazukommt. Das maximale Drehmoment der Frontantriebe liegt bei 189 Newtonmetern, während die Top-Variante bis zu 300 bietet. Keine Angaben macht Suzuki aktuell zur Reichweite. Das EVX-Konzept hatte noch eine 60 kWh Batterie und ist damit vergleichbar mit dem Spitzenmodell. Das Concept-Car bot eine Reichweite von bis zu 550 km, musste aber keine Homologation durchlaufen. Die Angabe ist dennoch die einzige grobe Orientierung. Fakt ist, der E-Vitara bietet Platz für fünf Passagiere. Er ist 4,30 m lang, 1,80 m breit und 1,60 m hoch. Der Radstand beträgt 2,70 m. So viel zu den Abmessungen. Nach Angaben von Suzuki basiert das neue E-Auto auch auf einer neu entwickelten Plattform. Diese wurde speziell für vollelektrische Fahrzeuge konzipiert und zeichnet sich durch eine leichte Struktur, den Hochspannungsschutz und einen geräumigen Innenraum dank kurzer Überhänge aus. Beim Antrieb setzt Suzuki wie aktuell üblich auf eine hocheffiziente E-Achse. Bei den zwei Batterieoptionen kommen jeweils Lithium-Eisenphosphat-Zellen zum Einsatz, was günstige Preise erwarten lässt. Wenn Anfang nächsten Jahres die Serienproduktion in Indien anläuft, werden zunächst alle Einheiten exportiert. Der weitere Rollout-Plan nach der Einführung Europa und Japan ist noch nicht bekannt. Da das Fahrzeug in enger Zusammenarbeit mit Toyota entwickelt wurde, könnte zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Toyota-Version auf den Markt kommen. Echte Wettbewerbsvorteile des Suzuki E-Vitara können wir derzeit noch nicht erkennen. Daher müssen wir auf den Sommer des kommenden Jahres warten. Wenn die Testwagen folgen.